So, shrinking. Toll. Kevin, hättest du noch mal ein paar Steine da liegen lassen können, aber danke für deine Spitzhacke. Ich will selber Steine holen. Ich will selber Steine holen. Meine Steine sind so gut für dich. Nein, 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 nein. Ich frage mich, wo ich hier gelandet bin. Ja, gelandet bist du bei uns, den Chaoskriegern, die dieses Jahr wieder ein Charity-Event veranstalten und diesmal The Shrinking. Ja, am 16.12. ab 18 Uhr sammeln wir Spenden für ein Kinderpalliativzentrum. Genauen Link und alles weitere dazu unter diesem Video, auch wo ihr spenden könnt. Und das Ganze geht über die Stiftung Hochschulmedizin Dresden vom Uniklinikum Dresden. Meine Fresse, mit einem Herz überlebt. Oh, scheiße. Ich hab gemeint. Ich bin mit einem und einem halben Herz aus der Früh rausgekommen. Äh, wer auch immer oben ist, hä, wie kann das sein? Kann der wieder was reintun zum Erweitern der der Borno? Kommt du nicht noch raus? Ja. Ich hab's gerade rausgeschafft, Jesus, ich will ja nichts sagen, aber ich hab's gerade rausgeschafft, ohne die Treppe zu nutzen. Äh, da ist noch Eisen im Dings. Eisenbraun. Ich hab jetzt leider schon eine Eisenspitze. Ja, sind ja trotzdem welche drin. Ich hab vorhin, ich hab da was mit hochgenommen. Und ich schwung da, ich mach nur noch Türen und dann mach ich das alles in einem Durchgang. Okay. Und durchsicht in die Wasserhöhle. Und dann nachher das. Sehr. Ordentlich. Fahlo hat noch was zu futtern, das ist auch gut. Nur zwei Fischer, ich hab 0,5 Herz aktuell. Ich hab auch eins. Ich mach taktisch einen Selbstmord. Dann hab ich dich ab, Jesus. Das wird langsam knapp hier, ne? Taktischer Selbstmord. Fahlo und ich, wir haben jemals nur noch ein Herz beziehungsweise ein halbes Herz, ne? Und die Bruder jagt uns hier in die Höhle. Nur mal so. Sucht mein Wasserloch und ich konnte versuchen doch an Ja, toll. Komm, das war's. Kevin Durant. Ach, danke. Ja, genau und diesen Kollegen hab ich grad gebettelt. Denn das ist unser Center Villager. Und dieser Center Villager ist quasi das Zentrum der Welt für uns. Denn die Weltengrenze, die ihr grad gesehen habt, die wird kontinuierlich kleiner. Also unsere Spielfläche wird immer immer kleiner. Und je mehr Mitspieler das sind, umso schneller wird die auch kleiner. Und bei diesem schönen Center Villager, da können wir bestimmte Items, die ihr seht, einwechseln gegen Zeitkristalle. Und diese Zeitkristalle verschieben die Weltengrenze wieder ein Stückchen weg von diesen Center Villager. Somit ist unsere Aufgabe, diesen Center Villager zu schützen und Items zu tauschen, damit wir weiterspielen können. Ja, aber ganz so einfach ist es dann aber ja doch nicht, weil wir das von uns ja schon kennen, von den letzten zwei Charity-Events der letzten zwei Jahre, ihr könnt mit euren Spenden das Spielgeschehen beeinflussen. Was in diesem Fall bedeutet, ihr spendet 10 Euro zum Beispiel und die Weltengrenze geht instant um zehn Blöcke näher zu uns oder besser gesagt zu diesen Center Villager. Also ihr könnt uns richtig richtig Stress machen und die ganzen Mobs gibt es natürlich auch noch. Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf das Event und ihr seid mit dabei am 16.12. Ab 18 Uhr werden wir streamen oder ihr spielt sogar mit. Das geht natürlich auch. Wenn ihr lustig seid, gerne, kommt mit auf den Discord dann können wir zusammen quatschen und zusammen spielen. Link ist unten in der Beschreibung wie alles andere auch. Und von daher würden wir freuen freuen, wenn ihr nicht nur uns zuschaut, anfeuert, sondern uns auch das Leben schwer macht mit eurer Spende, die an ein Kinderpalliativzentrum gehen. In dem Sinne sage ich einfach mal, bis denn dann, euer Abwiesus. und ich bin fast eingesperrt. Und ich sag mal so, unser Villager wird erst Rechtshelden angegriffen, auf jeden Fall da im Wasser mittendrin. Also übrigens die Border ist schon am schrumpfen, ich bin direkt neben und wurde fast zerquetscht. der ist auch einmal schon gesprungen, ja. Jetzt im Leben nicht lang rum. Jetzt haben wir Zeitstraße, es geht um die buddeln. Ja, ich habe hier schon ein bisschen runter gebuddelt, aber ich habe hier erst mal ein paar Fackeln hingesetzt. Jemand meinte, glaube ich, lustig zu sein, es zu machen. Ich mache einfach ab. Dann schwimmen wir doch einmal da runter. Hä, jetzt hast du denen zu gemacht? Nee, ich habe mich auch, wer hier dich gemacht hat. Ich bin nicht bei euch, also irgendwer von euch wahrscheinlich. Ich bin im Wasser. Das ist sehr wahrscheinlich nicht speziell. Aber es sieht ja aus, als werde hier nie erinnert gebuttelt. Und der Mie auch gerade. Die muss wieder weg. Und das wird schlicht die Border. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Border habe hoch gesetzt. Die ist wieder auf original gerüstert. Na gut, bin ich fast krass wegen das Trunk hin. Ich hatte einen Gang runter. Ich hatte gerade einen Gang, aber komischerweise ist es irgendwie wieder komplett zu. Guter Server. ja interessanterweise ich bin noch rausgekommen. Das ist nicht so klirrt. ich habe nicht gerade bin ich da bis. Aprilos, wir sind einfach nur doof. Wieso? Drei Blöcke weiter links. Wow. Ich glaube, das fasst aber so gut zusammen. Wir sind einfach doof. Ja, wirklich. So komplett, ey. Und was gibt es an Intelligenz? Nichts. Kein intelligentes Leben auf diesem Planeten.